So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und alle waren schockiert gestern, da im Stream plötzlich die Frage aufkam mit Kann das neue Pokémon eigentlich nach dem Trio jetzt auch schillernd sein? Und alle so, es gibt doch noch gar keine Infos über das neue Pokémon und dann ging es ewig hin und her. Und hier, abends plötzlich die Meldung, was der Nachfolger sein wird von Terrakium, Viridium und Cobalium, es ist das Szentrio. Kann man sich jetzt freuen, muss man aber nicht. Und ich möchte jetzt auch gleich schon ankündigen, heute gäbe es ja normalerweise wieder Raid am Mittwoch, weil Mittwoch ist. Aber wir holen was zurück, was wir schon länger nicht gemacht haben und zwar Raid am Mittwoch am Donnerstag. Das heißt, Raid am Mittwoch nehme ich zwar nachher auf, werde ich aber erst morgen am Donnerstag raushauen, weil ich aktuell jetzt also dieses Video mache und mir gestern Abend noch die Mühe gemacht habe, extra ein Tutorial zu Pokémon Home zu machen. Da ich die Nase voll hatte, dass alle 5 Minuten die Frage kommt, was ist eine Wunderbox? Woher bekommt man die Wunderbox? Was ist Pokémon Home? Hä? Wie verbinde ich mich da? Was? Wie geht das? Bla? Ich habe wirklich gedacht, ich muss mich damit nicht befassen, das ist mir alles, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Pokémon Home geht mir komplett vorbei. Da es aber vielleicht hilfreich wäre für viele Leute da draußen, die eben nicht klarkommen, aus welchen Gründen auch immer, habe ich noch ein Tutorial aufgenommen und bevor ich das erst in 10 Jahren raushaue, haue ich das heute noch raus. Jetzt das und morgen dafür dann Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Das ist glaube ich die beste Lösung, dafür gibt es trotzdem ja heute die Raid Mania. Jetzt also, nicht nur Sehntrio, wir kommen auch gleich noch zu einem richtig coolen Event, nämlich hier begrenzte Forschung mit Nidoran. Das aber erst gleich, darauf freue ich mich besonders. Ich freue mich sogar auf die begrenzte Forschung mehr, als auf das Sehntrio. Viele haben in den Kommentaren immer geschrieben auch, ja wir wollen endlich das Sehntrio, blablabla, pipapo. Das Sehntrio ist ja auch nicht neu. Das Sehntrio war ja auch schon mal da. Und, ja keine Ahnung, ich meine, bis jetzt war es immer so, wir haben Raid Mania gemacht, über dieses Pokémon, jenes Pokémon, aber alles, was in der Raid Mania drin war, konnte Shiny sein. Das Sehntrio wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht Shiny sein. Es wird halt einfach nur wiederkommen, dass man das halt haben kann. Und ganz ehrlich, 20, 30 Raids vom Sehntrio zu machen, die in meinen Augen auch komplett nutzlos sind, es würde reichen, jeden Tag einen gratis Pass rauszuwerfen, sich jeweils eins zu holen. Für den Pokédex reicht. In meinen Augen ist es nicht mehr, einfach Pokédex-Füller, fertig. Die Leute sind aber gehypt, die Leute drehen durch, die Leute wollen das Sehntrio. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr so drauf und sagt, naja, kann man ja mal einen Raid machen? Oder sagt ihr, boah geil, endlich das Sehntrio, da gehe ich komplett ab und werde 1000 Euro in das Spiel stecken, um das Sehntrio zu raiden, bis es umfällt. Wenn die jetzt als Shiny eingeführt worden wären, wäre es wieder was ganz anderes. Dann wäre auch Motivation da. Aber so, es kraut mich jetzt schon davor, permanent eingeladen zu werden und das Sehntrio zu raiden. Aber es wäre auch doof, eine Raidmania auszusetzen und zu sagen, nee, Sehntrio macht man nicht. Wir werden also das Sehntrio auch in der Raidmania dran nehmen und das Gute ist, es sind ja wenigstens drei verschiedene. Man kann also wenigstens ein bisschen Abwechslung reinbringen, ansonsten ist es in meinen Augen trotzdem nichts Besonderes. Einfach nur ein Pokédex-Füller und mehr nicht. Das Ganze beginnt am Dienstag am 24. November um 22 Uhr. Bis genau dahin sind nämlich die drei anderen Chaoden da. Terrakium, Viridium und Cobalium. Die bleiben also bis Dienstagabend. Am Dienstagabend kommen die, sprich für uns, ab Mittwoch früh... Uh, Alexander M. Jansen, wenn du das siehst, danke für dein Abo. Verfolgt mich jetzt. Finde ich immer lustig, wenn man das so unerwartet, dass einfach hier nebenbei reinkommt und derjenige das gar nicht weiß. Für uns also Mittwoch früh, dann das Sehntrio und abends schon direkt die Raidmania dazu. Da ist es wenigstens noch frisch, da ist das Interesse an der Raidmania vielleicht noch groß. Joa, ansonsten, je nach Region trifft man in 5-Sterne-Raids auf Selfer. Achso, Vesprit oder Tobuz. Es bleibt zu hoffen, dass man in Fan-Raids auch auf die jeweils anderen beiden treffen kann. Okay, ich nehme alles zurück. Von wegen, wir haben dann wenigstens drei zur Auswahl und das passt. Ne, das Sehntrio kommt eben nicht zurück. Vesprit kommt einfach zurück. Was ja schon einen ganzen Monat mal da war, gefühlt. Was nicht shiny sein kann, was einfach wieder hier sich breit macht. Und, boah, irgendwo in den anfänglichen Artikeln, irgendwo hat irgendwas gestanden von wegen, alle drei kommen zurück und alle drei können geradet werden. Da stand nichts von Region abhängig, aber jetzt ist es doch regions abhängig. Und, ja toll, da habe ich erst recht gar keinen Bock, jeden Tag so ein komisches Vesprit vor meiner Nase zu haben. Was auch noch das Hässlichste ist von allen dreien. Aber es gibt ja noch mehr in dem Event, ne? Pokémon, die in der Nähe von Seen anzutreffen sind, sowie solche, die eine starke Bindung zu Wissen, Emotionen und Willenskraft haben, werden häufiger wild anzutreffen sein. Ganz cool ist hierbei natürlich auch Macholo. Macholo, viele haben noch keinen, das hatte ja auch kein Seed Day im Gegensatz zu Trassler oder Abra. Macholo hatte kein Seed Day, ist ein sehr nützliches, cooles Pokémon. Diejenigen, die sich nicht gerade beim Glückstausch eins von mir haben geben lassen, können sich auf die Suche machen und ein Macholo holen. Goldini schlüpft öfter aus 5km Eiern und wird damit, wie dann auch seine Entwicklung, Goldking erstmals in seiner shiny Form erhältlich sein. Denn die Bilder dazu sieht man hier, Goldini, shiny Goldini, Goldini, shiny Goldini. Es sieht ja so schon hübsch aus, so sieht es aber sogar noch hübscher aus. Auch Goldking. Hey Goldking. Und dann hübsches Goldking. Sieht eigentlich auch okay aus, sagen wir mal. Es wird neue Belohnungen für AR-Cutten, Kartierungsaufgaben sowie eventbezogene Feldforschungen geben. Also, es ist ja schön, dass das Seed Trio zurückkommt, für die Leute, die neu spielen und das noch nicht haben. Trotzdem habt ihr nur Vesprit bei uns. Die anderen zwei entgehen euch. Außer ihr macht natürlich über Poké, Raid oder diverse Apps, wo auch die Amis immer Raids posten und ihr euch mit anhängen könnt. Oder ihr werdet von Spoofern eingeladen oder spooft selber. Dann könnt ihr natürlich alle drei holen. Aber die, die spoofen, haben ja sicherlich beim letzten Mal sich schon eh alle drei gegönnt. Und ich sehe jetzt keinen Anreiz, mehr zu raiden, als nötig ist. Es wird wohl bei dem täglichen Pass bleiben. Und wenn ich gerade jemanden aus Amerika einlede in der Raidstunde, werden wir eine Stunde lang Vesprit sehen. Nicht schillernd und meiner Meinung nach einfach komplett, ja, langweilig. Auf Goldini freue ich mich hingegen und Goldking, Shinies, die, weiß ich nicht, die hätten so ruhig. Warum haben sie diese nicht als Shiny? Hätten sie doch einfach machen können. Einfach, komm, die waren schon mal da, wir hauen sie nochmal raus. Schönes Event, das Sehntrio-Event, zack, und dann glitzern die auch noch. Wie, wann wollen die die denn sonst? Aber gut. Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr schon das Sehntrio komplett? Habt ihr beim Sehntrio wenigstens Vesprit, weil das schon mal bei uns war? Habt ihr schon mal eins wild gefangen von denen? Freut ihr euch auf Goldini? Oder seid ihr jetzt enttäuscht, dass es so eingeführt wird, wieder mal regionsbedingt? Und was ich noch besser finde, als das hier oben, ist begrenzte Forschung mit Nidoran. Denn am Samstag, den 28.11., ihr wisst ja, wie das ist, begrenzte Forschung. Ihr habt Zeit von 8 Uhr bis 22 Uhr, Forschungsaufgaben zu machen. So wie wir das zuletzt auch mit Mauzi hatten und so weiter, oder mal mit Snubbull und sonst was. Man kann Feldforschungsaufträge erhalten, durch deren Abschluss man Nidoran, männlich und weiblich begegnet. Auch den bereits verfügbaren, schillernden Versionen kann man begegnen. Zudem wird es eine befristete Forschung rund um diese Pokémon geben. Und das Lustige ist, das Blaue ist dann einfach Lila und das Lilane ist dann einfach Blau. Wer diese Pokémon noch nicht als Shiny hat, kann sich also freuen. Aus diesen begrenzten Forschungen ist die Wahrscheinlichkeit ja eigentlich gefühlt, geboostet. Und ich mache das wirklich sehr gerne. Das heißt für mich, begrenzte Forschung mit Nidoran. Wir werden wieder einen Stream machen von 12 Uhr, bis wir die Aufgaben durch haben. Können wieder die Aufgaben abholen, können gucken, aus welchem ist ein Shiny dabei, wo ist ein Hunderter dabei. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Sache. An einem Samstag Nachmittag zusammen sitzen, die Aufgaben machen und ja, hier gibt es halt eine Raid Mania mit Vesprit. Hypt mich trotzdem nicht. Wie sieht es bei euch aus? Was findet ihr besser? Die begrenzte Forschung mit Nidoran? Freut ihr euch auf die Shinies? Oder freut ihr euch wirklich auf das Sehntrio, wovon ihr eh nur eins habt und nebenbei Goldini fangen könnt? Schreibt mal eure Meinung unten rein. Wir sehen uns dann auf jeden Fall heute Abend in der Raid Mania und ihr könnt euch noch dieses lustige Tutorial angucken, was gar nicht lustig ist und extrem in die Länge gezogen und sinnlos. Weil ich wirklich alles sehr ausführlich gemacht habe, dass da keiner sagt, ey du hast es jetzt nur gezeigt direkt, wenn man das überträgt, aber wie kann ich das denn überhaupt verbinden, dass ich das übertragen kann? Was muss ich denn runterladen? Wo muss ich mich denn anmelden? Also ich habe das Tutorial wirklich komplett gemacht. Das seht ihr aber nachher, wenn ihr euch das anguckt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.